Bruder, wir haben frei, man. Wir haben frei. Einfach, einfach, grill. Tut uns den Krieg erklären. Ich bin nicht mehr wert, als wenn wir eine Toilette müssen. Also zeig mir das so weiter. Ich hoffe, du hast Dolaris gespart. Und ich hoffe, du hast noch mein Geld. Ich bin, Leute. Wir sind vor uns. Wir sind vor uns. Komm, komm, bitte, 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 bitte. Hallo, liebe Zuschauer. Willkommen zurück auf diesen Kanal. Schauen wir uns an, was Lloyd so treibt. Was passiert jetzt? Bruder, wir haben frei, man. Wir haben frei. Einfach, einfach, Crips. Tut uns den Krieg erklären. Der Typ steht schon seit drei Stunden auf. Wer ist das? Der Typ tut uns den Krieg erklären, einfach. Ich check das nicht. Bruder, ich hab für die gut geredet, ne? Hart auf hart, ich hab für die gut geredet. Ich bin maximal verwirrt. Ich brauch eine Wester. Aber es gibt nicht mal wirklich einen Kriegsgrund, ne? Es gibt nicht mal einen wirklichen Kriegsgrund. Sie sagen einfach, ihr habt weitergemacht, nachdem wir ausgezahlt haben. Ja, nachdem die ausgezahlt haben, waren wir tot respektvoll zu den Crips, ne? Tot, tot respektvoll zu den Crips. Also, eigentlich müssten sie uns tot dankbar sein. Keiner checkt. Bruder, keiner checkt. Das sag ich auf ernst, auf ernst. Keiner checkt. Aber, okay, dann mein Bruder, mach dich bereit. Nein, nein, Crips-Heli-Bohn. Für dein Ende. Es ist gleich drinnen, es ist gleich drinnen, wir sollen nicht... Was ist los, Leute? Bilal, ich hab... Ich hab... Du hast mir leid getan. Bittust du dir selber nicht leid? Alles gut, alles gut. Zeig mal, was du jetzt drauf hast. Komm, Leute. Du weißt, dass das deine Vernichtung wird. Ja, und ich will genug, diesen Neukad ich noch vermissen. Du warst die letzten Tage so ruhig. Ich will dir Feuer in dir. Aber... Aber das wird dein Tod sein, Bilal. Du hast mich angegriffen. Weißt du, was das bedeutet? Das Problem ist, du warst mein Teufel. Nicht mehr wert, als deine Toilette ist. Also, zeig mir das so weit, dein Teufel. Ich hoffe, du hast Dollaris gespart. Und ich hoffe, du hast noch mein Geld. Und ich hoffe, dass du nicht zusammenbrichst, wenn du von innen zerfressen wirst. Sehr gut. Genau das würde ich... Es werden sich Sicarius bei dir erheben, damit du vorgewandt wirst. Sicarius werden sich bei mir erheben? Du bist die erste Familie in Los Santos, die die Sicarius verdienen werden. Ich bin ein Fan vom Straßenfeind, also komm raus, mein Lieber. Wir kommen gleich raus. Ich hab dein... Du hast mein Wort. Ehrlich jetzt, ehrlich. Ehrlich jetzt. Du hast mein Wort. Wir kommen. Wir kommen gleich. Ja, okay. Wir müssen uns gerade noch sammeln. Das war... Ich hätte niemals gerechnet, dass... Das Krebs mir den Krieg erklärt. Heute ist ein Feiertag. Für dich habe ich den Feiertag beendet. Alle haben gedocht, Leute. Du bist der erste, der jetzt sagt, wir fighten gegen euch. Wie? Gegen wen habt ihr es noch versucht? Aber warte mal. Wieso habt ihr mit den anderen Probleme? In dieser Geschichte von diesem Krieg, Bro. Dieser Krieg ist vorbei. Den gibt es nicht mehr. Ja, Leute. Was gibt es denn was nicht? Diese Geschichten gibt es immer noch. Ah ja, die andere Geschichte war besser auch, obwohl die noch unwahrscheinlicher war. Wir sind da, wir hochkommen jetzt. Also alles gut. Von daher, lass uns doch machen, Leute. Warum nicht? Ja, kannst du mir sagen, wo eure Kolonne ist? Damit es schneller geht, weil die werden nicht rausfahren, bis ich nicht eure Kolonne finde. Ihr werdet nicht... Ich sag, erstens viel mehr als ihr. Was? Wovon wabbelst du? Heute ist ein Feiertag. Freitags ist Sun-Tag. Für Santa ist Freitag ein Feiertag. Das Tag der Toten. Ey, April, April. Leute, wir haben jetzt 300 Muni. Die Erdrechts sind 200, kriegen wir nach dem ersten Kreis. Ey, ich glaube, das ist sogar Vendetta Helio, nicht Crips. Und wer sagt... Ja, das sieht voll nach Vendetta Farbe aus. Das Crips, ihr Idioten. Bro, ey, sag, der kommt nicht raus, wenn du dich feierst. Ey, hätt auch Vendetta sein können, sag ehrlich. Nein, April, ey, chill. Es wird alles auf dem Felden. Na, nein, nein, April, nein, nein. Ja, doch. Ich mag Leute, also. Jetzt links von Anwesen, wir sind... Also, wo seid ihr? Wir sind noch am Anwesen, wir chillen noch. Für mich ist es eher dunkel, glaube ich. Ey, ey, sie sagt, wir fahren nicht raus, aber... Warte mal, euer Heli ist doch über uns. Ja, wo sind die Heli, Leute? Ja, also, dann weißt du doch, wo wir sind. Ist das schön? Ja, nochmal. Oder, ey, April, OG-Call, wo seid ihr? Wie sind sie gerade? OG-Call, wo seid ihr? Sie sind Vespucci, Leute. Dein Heli soll richtig in Vespucci fliegen. Gott, ich suche in Vespucci. Ah, du bist selber ein Heli, okay, Jack. Ja, ich musste meinen anderen Heli-Piloten blatt tauchen. Hä, warum? Ey, mach doch auch so mal die Tage, Kai, Bro. Aber ich schon. Die ging mir auf die... Nein, ich hatte Kopfschmerzen. Okay. Ja, okay. Hey, Jungs, du musst uns unser GPS-Borrischen, sag, wir... Auf'n geilen Fein. Waa? Okay. Hast du die gefunden? Hast du meine Kolonne gefunden? Nein, ich such jetzt gerade Vespucci. Hey, Jungs, macht die Kolonne fertig. Bereitet euch vor. West Highway, West Highway. Die fahren gerade West Highway hoch. Oder sind da irgendwo in der Brücke. Sind schon unterwegs. Wie, Highway hochgefahren? Sind sie nicht mehr in Vespucci? Nein, nein. Ja, die fahren gerade durch den West Highway. Ah, Mann, hat zigzag. Ich hab'n scheiß Buzzer, der ist nicht so schnell. Hey, Bruder, hör doch mal zu. Die sind Vespucci, äh, Dings. Vespucci-Tunnel. Kennst du nicht diesen West Highway-Tunnel da? Ah, Vespucci-Tunnel. Da muss ich ja weiter zu Vespucci. Jungs, ich hab' die Kolonne. Seid ihr jetzt endlich fertig? Ich hab' die geschickt, Dashi, ne? Ja, ich los. Ich los. Ja, ich los. Ja, die steigen alle ab. 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 Gibt uns zwei Minuten, dann fahren wir los. Auf'n guten Fight. Nein, nein. Auf'n guten Fight. Rechts, 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 rechts. Warte auf. Nö, unterstützt ihr sie nicht ein bisschen? Okay, sind Paleto reingefahren. Sind jetzt Paleto hinten am Sheriff. Fahren da unten zum Strand. Ja. Ja. Was braucht ihr? Wo seid ihr? Hey, Kolt, hol mal ein Auto und komm, sie haben eine Treibe. Kolt, Kolt, sie haben eine Treibe. Nimm die am Andisen. Am Andisen. Nimm die am Andisen. Am Andisen sind genug. Ey, macht mal langsamer, macht mal langsamer. Wie gesagt, die sind hinten am Strand. Fahren aber von Paleto gerade weg, den Strandweg. Fahren wieder zum, äh, sind da, wo man Camper kauft. Sind jetzt beim Holzfäller, fahren jetzt wieder zum, äh, Paleto. Welche Seite seid ihr? Äh, komm mal Dingsy, wir sind Baustelle gerade. Kommt alle, äh, von Paustelle. Ey, Fluffy, was geht ab? Wie geht's, wie steht's? Baumarkt, Baumarkt. Ja, Baumarkt. Incendi, oder? Okay, fahren Paleto durch. Die geben Kiki übrigens. Auf welche Seite? Richtung West? Die fahren Richtung, nein, nein, die fahren Richtung, äh, Richtung zu euch. Ach so, die fangen. Ja, dann haben wir Kostik gleich. Ey, Timo, leg auf. Die sind gleich unter Führung. Ey, eine Auto links, eine Auto rechts von mir, genau so. Genau so, genau so. Ein Auto links, ein Auto rechts von mir. Ein Auto links, äh, links noch neben links, das große Auto. Man muss, man leg. Hallo, ich bin das weiße Auto. Ein Auto muss noch links von mir. Die sind gleich bei der Unterführung. Ah, nee, 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 Quatsch, sind sie nicht. Sind sie nicht, sind sie nicht. Die sind jetzt erst bei der ersten Tanke, vor der Unterführung. Nehmen die linke Spur, also nicht den Tunnelweg, die andere Spur. Ey, die sind gleich vor uns. Die sind gleich vor uns. Ey, die Fahrer achten gleich nur auf mich. Fahrer gleich achten nur auf mich, okay? Hä, die machen Arsch. Die machen Arschspielchen. Jungs, ihr wisst, was das heißt. Ihr wisst, was das heißt. Die machen Arschspielchen. Die machen Arsch. Aber warte mal, die sind direkt an der Ecke. Wo sie, ja, ihr müsst halt, wenn ihr rein wollt, fuhl, fuhl, ne? Colt, wie lang brauchst du noch? Colt, wie lang? Okay, die drehen wieder um. Die machen doch keinen Arsch. Welche Richtung läuft? Ey, mach mal einen U-Turn. Mach mal einen U-Turn. Ja, die sind auf der linken Seite. Also von euch aus gesehen auf der rechten Seite. Nicht Unterführung, sondern die andere Straßenseite. Und warten mit Arsch auf euch. Ich bin direkt bei euch gleich. Sie fahren rückwärts mit dem Arsch. Komm, schneller, fahr schneller, fahr schneller. Die fahren rückwärts mit dem Arsch. Wir fahren weiterhin rückwärts. Ja, die können nicht rückwärts fahren. Ihr könnt jetzt voll rein. Die können nicht rückwärts fahren. Wie kann Poyan liegen? Poyan liegt nicht. Wieso liegt Poyan? Ich liegt nicht. Digga, fahrt da einfach voll rein. Wir haben auf Colt warten müssen. Jetzt sind wir ready. Okay, Tuzak ist an denen vorbeigefahren. Jetzt, die sind, die sind Ding. Die, die haben ihre, ihre rückwärts fahren ins komplette Marsch. Fahrt einfach rein. Full rein einfach. Die Fahrt ist in Sandy. Matthew, 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 Matthew. Wie gehe ich, du Sandy? Wie, wo fahrt? Matthew, Matthew, Matthew. Bitte, kommt einfach hier in diese scheiß Highway und fahrt da rein. Jetzt ist es zu spät, jetzt sind sie umgedreht. Ich check's nicht. Leute, lasst mal das Feuer machen, komm. Still, Leute. Wir sind vor uns, wir sind vor uns, wir sind vor uns, wir sind vor uns. Komm, komm, fick die, fick die, fick die, fick die, bitte das letzte Auto raus. Bitte das letzte Auto raus. Jetzt die letzten zwei Autos, fick die, fick die, fick die. Hier, die letzten zwei Autos, hier, jetzt fick die, fick die, fick die, fick die, die sind hier ausgestiegen auf MyRage. Fick die, jetzt rückwärts nach, fick die, fick die, fick die, fick die. Zwei Autos noch nicht, zwei Autos sind noch nicht ausgestiegen. Zwei Autos, drei Autos noch nicht. Die sind noch nicht ausgestiegen, die sind noch nicht ausgestiegen. Die sind noch nicht full ausgestiegen. Die sind noch nicht full ausgestiegen. Ein paar sind ausgestiegen, ein paar nicht. Ein paar ausgestiegen, ein paar nicht... Okay, jetzt sind alle ausgestiegen. Die laufen den Berg hoch. Die laufen den Berg hoch. Die laufen full 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 den Berg hoch Kommt mit, kommt mit, kommt mit, die rennen den Berg hoch, kommt mit, wo seid ihr, die ganze Masse, ich brauch euch Kommt zu mir, kommt zu mir, sammelt euch hinter dir, sammelt euch Die laufen full den Berg hoch, sammelt euch, sammelt euch, fick die, fick die, fick die, fick die Eine Backstabautor, hör auf Offroad zu fahren HÄR AUF OFFROAD zu fahren Schön, schön, brennt einfach weiter hoch, brennt einfach weiter hoch, brennt hoch, brennt hoch, brennt hoch Kommt, rennt, aber wartet hier, dreht Parkkreise, dreht Parkkreise, komm zu mir, dreht Parkkreise Ich bin, ich bin oben, links, oberteil frei Wir sind komplett, die laufen komplett hoch Ich war, äh, sie sagen immer chill, ich check's halt nicht Warum, warum greift er die nicht an, wenn ich ihnen sage, greif an Jetzt ist es unnötig Berg, ja, die laufen den Berg hoch Die laufen full den Berg hoch Ich hab keinen Bock auf die Bergfeits mit denen Da sind noch drei Leute, nur noch hier oben Ich hab nur elf Schuss beziehungs Ja, dann schieß nicht, unnötig Oh, nötig. Hier sind noch 3, hier sind noch 3. 3, hier 3. Hier sind 3, hier sind 3. Genau hier sind 3. Hier 4, 4. Hier sind 4, hier sind 4. Hier sind 4. Hier sind 4. 4 sind hier. Genau 4. Hier sind immer noch 4. Hier sind immer noch 4. Genau hier bei meinem Heli, bei meinem Heli sind 5. Bei meinem Heli. Jetzt kommen 2, 2 pushen euch. Genau hier vor mir, genau hier vor mir, hier, 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 holt die, holt die, die zwei müssen down, einer down, noch einer, noch einer, noch einer, noch zwei, noch zwei, noch zwei, hier, hier vorne, hier vorne, Vorsicht, Vorsicht, hier vorne, ja genau, hol den, hol den, den musst du holen, den musst du holen, ja genau bei meinem Heli, genau bei meinem Heli, sind zwei. Der liegt, noch einer, noch einer. Beim Heli oder was? Hier beim Heli, ja ja, hier beim Heli. Ja hier, hier beim Heli, hier. Hier, 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 hier. Ja da ist nur noch einer. Push den, dann ist vorbei. Hab den 1-Tap, hab den 1-Tap, hab den 1-Tap. Guck mal, Craps. Wenn ihr leise seid, könnt ihr gehen, damit wir euch gleich nochmal an die Wand stellen. Wenn ihr aber laut seid. Nein, ey, du hier, nicht dahin, nicht dahin. Geise sein und gekriegt sind. Ja, aber das ist doch schon unkontrolliert, okay? Okay, jetzt der kommt. Aber was habt ihr euch dabei gedacht, dass ihr uns den Krieg erklärt? Jetzt mal unter uns. Werdet ihr sehen. Alles gut. Was werden wir sehen? Ihr werdet sehen, warum wir den Krieg erklärt haben. Alles gut. Erklärt es doch uns. Ihr werdet sehen. Redet mit Bilal am besten, ja? Guck mal, der fängt euch an zu weinen, während er mit dir redet, Leute. Hast du gehört? Wo hole ich denn? Wo hole ich denn? Wo hole ich denn? Wo hole ich denn? Ich hab euch gut behandelt. Obwohl ihr so viel Mist gebraucht habt. Bruder, ich wollte heute gar nicht live kommen. Und jetzt wollt ihr, dass ich euch wieder vernichte. Wieso? Ey, Jungs, mach mal die Autos und wir sind kript fertig. Ich erinnere mich, dass ihr vor einer Woche ausgezahlt habt und sogar gesagt habt, bitte gib mir drei Tage, weil ich nicht das komplette Geld hab.